Im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach PaySafeCard Unlimited hier in MyPaySafeCard einstellen könnt. Das heißt, ihr könnt unendliche Beträge aufladen ohne Probleme, so viel wie ihr wollt, habt da keine Beschränkung im Monat und so weiter. Okay, das Ganze ist relativ einfach und zwar gehen wir dafür einmal hier auf Konto und dann öffnet sich jetzt gleich schon einmal was. So, und zwar haben wir denn hier Limits und Status, drücken hier alles einmal drauf und jetzt haben wir hier einmal Unlimited, erhöhe dein Limit. Da haben wir ein maximales Guthaben von 5000 und ihr seht hier Zahlungslimit pro Monat, alles so ganz normal. Genau, also wir drücken dann einmal hier drauf und dann haben wir jetzt hier einmal die Sachen, die wir machen. Wir müssen uns die Autada App runterladen, dann diesen Code hier scannen und dann kriegen wir dann unseren TAN, den wir hier eingeben können. Andernfalls können wir auch mit Postident das Ganze machen, da braucht ihr dann euren Personalausweis, den müsst ihr da ranhalten, der wird dann im Prinzip einmal gescannt. So, das könnt ihr also, die beiden Sachen könnt ihr machen. Eventuell braucht ihr auch noch den PIN von eurem Personalausweis, das heißt, legt euch da am besten alles bereit. Falls ihr das nicht braucht, ist natürlich auch okay, ich brauchte es damals, wo ich das gemacht habe. Und dann seid ihr auch schon fertig und ihr habt Paypal Unlimited. Genau, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Ich bin damit raus, haut rein und ciao. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder.